So, du bist jetzt live. Wow, awesome. Wer bist du? Möchtest du etwa, dass ich deine Einleitung für dich mache? Nein, das war jetzt die Einleitung. Was? Was war die Einleitung? Dass du jetzt live bist. Wir sind live? Mein Gott! Ich bin Derfer. Yay! Wer bist du? Auch Derfer. Das hatten wir schon gemacht. Ich glaube kaum, dass du Derfer bist. Könnte auch Terence Chill sein. Wer? Oder Terence Chill. Kennst du nicht Terence Chill? Nein. Ja, was ist das für eine Map? Das ist eine ganz tolle Map. Und ich bin tot. Hast du heute schon gesagt, was wir spielen? Ja, wir spielen Rockhoof 2, das sieht man ja. Ein bisschen? Ja. Das ist ein sehr tolles Spiel. Und die eine oder andere hat vielleicht schon gesehen, als ich davon schon mal was aufgenommen habe. Kackts, gauts überall. Geht mir jetzt schon auf. Weißt du, dass du mich gerade abgefuckt hast? Ach, das warst du? Ja. Ah, deswegen hat er sich nicht gewehrt. Kommt vielleicht da, weil ich gerade am Nachladen war. Wie sich alle mit meiner Fläge anficken lassen. Zumindest einmal jedenfalls. Einen zweiten Hit lassen sie meistens nicht mehr. Hm? Ne, ist schon gut. Ich spiel jetzt mal Spyden, nur was ganz Neues. Hey doch, hier hinten steht ein Sniper von uns rum. Den kannst du ja schnappen. Ja auch. Ich lauf einfach mal durch und guck mal, ob ich überhaupt was kriege. Ich bin ja als Spy nicht wirklich gut. Hey, ich hab dich gerade gesehen. Cool. Du wirst mich aber nicht killen können. Da bist du nämlich viel zu gut für. Ja. Er sieht mich natürlich. Ah. Also ich bin schon echt gut als Spy. Und wer hat dich gesehen? Der Heavy, der hat einfach rumgebratzt. Shit happens, würd ich sagen. Ich will ja im Prinzip nur die Kack-Sniper, weil mir die voll auf die Eier gehen gerade. Müsst du nicht eher den Sniper noch auf die Eier gehen? Ne, nicht wenn die ganzen Scouts und Pyros hier rumrennen. Gut, das bringt mir nicht viel. Das nehme ich denn dann. Soldier ist gay. Ja, selbst beim Pyro. Das hat gerade gar nicht so schlecht angefangen. Dann mache ich jetzt weiter. Ja. Alter, ihr habt doch nur Scouts. Alles voll. Aha. Alter. Egal was ich spiele. Naja. Also du hast es probiert. Ich bin auch gerade echt gut. Aber du bist so weit unten, du wirst nicht mal in der Scouts zu sehen. Also. Hast du einen Punkt? Theoretisch ja. Ich verstehe nicht, wie man sich als Scout von der Leuchtpistole treffen kann. Hm? Ja, die Leuchtpistole von Pyro. Keine Ahnung. Hast du mich wieder getroffen? Äh, ja mehrmals schon, glaube ich. Aber die anderen Scouts auch. Dann musst du nur im Kreis rennen. Dann bist du doch fast gar nicht getroffen davon. Also irgendwie treffen mich sogar Sniper. Wenn ich einfach nur im Kreis laufe. Ich glaube, ich würde dich auch gesnipet kriegen. Ich glaube, dich würde ich auch gesnipet kriegen. Ich glaube, dich würde ich auch gesnipet kriegen. Ah, überall Pyro. Warum bin ich eigentlich der Einzige, der da hinten an diesem Point rumlungert? Weil die meisten hier nicht darauf spielen einzunehmen. Die wollen einfach nur killen. Achss. Das ist ja als Scout auch im Moment ganz gut. So viel Sniper wie wir haben. Zurück kann man hier unendlich Monin, das ist auch was. Eigentlich ziemlich Nuke-like, aber irgendwie bringt das cool was. Das ist wie... ...deine Engie Shotgun. Ja. Macht sogar richtig Fun. Nehmen wir dich dieses komplette Metro auf? Ich nehme jetzt eine Dreiviertelstunde oder so auf. Ich glaube jetzt um 5. Ah, das klingt akzeptabel. Ja, wenn du so lange mitmachen willst. Ich meine, du kannst auch zwischen drin lieben, wenn dir das recht ist. Keine Ahnung. Nö, ich glaube. Das ist ganz vertretbar. Mir schreiben auch jetzt andauernd Leute auf YouTube an, dass wir mitmachen wollen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Manche sind 4 oder 5 Leute. Ich glaube, ich würde mir irgendwas anderes spielen. Was denn? Ich weiß es nicht. Du warst auch immer als Spy ganz gut auf der Map. Ich weiß es nicht. Ich stelle mich schon zu Bildern als Spy überhaupt soweit durchzukommen. Ich werde meistens schon auf dem Weg dahin gefickt. Ich mache jetzt mal was ganz krankes. Ich spiele mal einen ganz normalen Demoman. Das habe ich ewig nicht gemacht. Wow, wow, wow. Sticky Bomben. Kenne ich gar nicht. Die Bomben, ich weiß gar nicht. Welche Verwendung hat man für die eigentlich hier auf so einer Map? Gut, man kann sie um so einen Capture Point. Nee, du kannst damit springen. Ja, aber das kann man auch mit der normalen, oder? Ja, aber mit einem normalen Granatwerfer ist das nicht so einfach. Da musst du zum Beispiel ziemlich gut timen. So klebst du einfach die Kackung. Machst du aber voll auf? Ja, aber mit Sticky Bomben ist das viel einfacher. Und das bringt mir immerhin mehr als das Schwert. Das ist auf dem Map nicht so toll. Ist natürlich schon einiges cooler, wenn man auf dem Map alle mit dem Schwert fickt. Das sowieso das hat. Irgendwie stylen. Nein, Scout. Ich frag mich aber, was ich mit den Sticky Bomben überhaupt hier soll, abgesehen vom Springen. Das ist irgendwie, wie du gerade festgestellt hast, nämlich doof. Ups. Das hat mich fast selber gekehlt. Ich bin tot. Gut, das bringt mir auch nichts. Aber Sniper haben wir schon so viele. Pfff. Dann geh ich halt wieder Scout. Was? Was bist du denn nun? Ah, was? Ich wollte jetzt gerade Soldier. Soldier? Muss ich aufpassen? Dann machst du mich ja One-Hit. Also wenn du mich mal treffen würdest. Natürlich. Wenn ich dich treffen würd. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Das ist doch sehr müde. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich bin so müde. hat spielt da fast so vielleicht steht auch so was er wird eine gute aufnahme ich bin nur am sterben die ganze zeit das macht doch laune macht doch spaß auf mehr schon kann das erreichst du ich habe eingekehlt im zwischen ja das wäre sehr nett ich will wieder in dein team ich will dass die teams ein bisschen ausgewogener sind ja natürlich haben die alle nein gemacht darum wohl weil dein team mehr leute hat das meint soll ich in dein team weg sind er muss nicht dass du mich gerade gekillt wirklich kann gar nicht sehen wie viele leute sind in jedem team hier gerade deinem sind 15 14 steht oben neben der null der drei gut wenn man lesen kann ja du kannst ja nicht und ich bin stolz darauf werde ich sagen warst du nein kam mir gerade in die ecke ja er ist nicht gekillt weißt du was mein größtes problem ist ich treffe nichts hängt davon ab was für gegner ansatz und die standard klasse trifft man eigentlich einfach wenn bei mir ruckelt ja noch wie vorzüglich die aufnahme ich spiele aber nur auf 34 fps oder so das finde ich gut irgendwie scheiße das denn ja ich habe das irgendwie direkt runter ballert oh mein gott vielleicht sollst du mit dem anderen programm aufnehmen ja klar zum beispiel gibt auch das programm hypercam das kannst du ja sicherlich auch gratis holen juhu ich hab einen angie gekillt ich spiele jetzt heavy ich glaube zwar nicht dass das hier bringt gegen die ganze striper aber ich mache dann spiele ich brutzelmann hast du die achse für den ja ich habe sie theoretisch dass du so viel damage machst wenn einer brennt stirb doch einfach ich habe gerade noch ein sandwich rausgedrückt ja wie sie alle campen da oben ganze scheiß team naja irgendwie kommt einem soldier auch mal für langsam vor wenn man gerade ein scott gespielt hat oder so ja das ist zu teamlich aha aha ich finde das soldier ist auch mit einer der langsamsten oder ja nach dem heavy ok was hat er gerade gemacht zwischen heavy ja ich hasse es wenn so ein soldier in die ecke kommt und immer instinkt welchen crit rauskotzt naja die chance dafür total hoch ist ja ja rocket jumps fällen ist auch scheiße ach der denn ja ui Ich habe einen gesehen, der direkt vor eurer Base war. Das ganze Team oben auf dem Scheiß am Campen, was soll weiter machen? Ich komme ja nicht mehr bis da hoch. Warum? Du kannst doch direkt da hochporten. Ja, könnte ich. Bist du nicht mehr blau? Doch, ich bin noch blau. Wozu solltest du denn hochlaufen? Weil ich mal meine Füße blühen wollte, die ich habe, zufälligerweise. Und weil da oben rum Campen ist ziemlich öde. Bei euch hinten an der Base sind auch ein paar. Da ist gerade ein Sniper gewesen. Ja. Fuck it. Was da? Ach, da stehen Sniperer oben. Ja, bei euch für euer Base da. Ich dachte, das wäre einer von uns. Ich will aber nicht die ganze Zeit Sniper spielen, wenn meine Team schon vier hat. Dann würde ich euch das erstmal fertig machen. Je mehr Sniper, desto besser. 火 professoren weiteres Mal aus. Nein. Ich bin erst mal vom G faulten. Oh ja das ist eigentlich der toxic jumpscare. Ich bin erst mal ein Pilot gemacht. Ich werde mich für mal machen.